Willkommen bei Schichtalks. Oh, heute hat er das Intro gemacht. Jetzt so ein ganz leichter Coffee-Talk, weißt du. Ein Coffee-Talk. Also es heißt ja, es gibt so viele Podcasts, die Coffee-Talks sind. Coffee-Klatsch! Coffee-Klatsch mit Daniel Schicht und Sepp! Der berühmte Berliner Coffee-Talk wäre ja, ich trage eine von diesen ganz, ganz... Also kennst du diese Mützen, die diese Berliner Hipster jetzt momentan tragen? Das ist so eine Wollmütze, aber die ist so ultradünn, dass sie nur die oberen 2% von deinem Schädel abdeckt. Kennst du die? Bestimmt kenn ich sie. Warte mal, ich schick dir ein Bild. Ich schick mir ein Bild und ich versuch's dann jetzt einzublenden. Genau, jetzt. Hipster-Mütze. Ich geb mal nur Hipster-Mütze ein. So Bilder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Männer, Herren, Herren, muss ich noch eingeben. Herren, warum krieg ich Hosen? Er suchte nach Mützen und bekamen Hosen. Ah, Theresa hat mir, glaub ich... Theresa hat mir Bild geschickt, ja. Ihr hattet das von Entfernung gehört. Okay, okay, warte, ich... Shoutout to Theresa. Shoutout to Theresa, die auch den heutigen Film vorgeschlagen hat. Ah, okay, alles klar. So, ich hab's... Ich hab's gefunden. Anscheinend sind sie auch schnell vergriffen, so steht's hier. Weil es viele Hipster gibt, meinst du? Ja. So. So, und es geht noch viel, viel schlimmer, ja. So, ich schick dir das mal hier unter Chat. Zack. Da hast du's, okay. Okay, warte, dann guck ich mir das direkt mal an, weil wir sitzen ja nicht im selben Raum, sondern... Okay. Und das gibt's noch dünner, das gibt's noch kleiner. Das Bild, nehm ich, das ist echt geil. Aber ich liebe auch den Gesichtsausdruck von dem Titel. Okay, okay. So, das ist es. Ja, gut. Erstmal, äh, erst, also, du hast ja schon das, äh, diesen Podcast sehr schön eröffnet mit einem tragischen Thema. Ich hab auch ein tragisches Thema. YMS bringt seine Lion King Review diesen Monat nicht mehr raus. Ich mein, es ist ja jetzt schon November, aber... Hallo? Es wird wahrscheinlich erst diesen Monat sein oder nächstes Jahr oder in 15 Jahren. Ernsthaft, also, der hat ja so viel gemacht dieses Jahr. Also, nicht nur die Kimber-Sache, sondern der hat ja extrem viele von den Quickies gemacht. Der war ja auf zwei Filmfestspielen eingeladen. Mhm. Und der hat ja so viele Reviews da gemacht, das ist, also, wirklich viele. Und da hat er noch eine Analyse zu, ähm, I'm thinking of ending things gemacht. Also, der hat schon viel gemacht. Ja. Ach, den muss ich auch noch sehen. Den muss ich noch unbedingt sehen, den Film. Ja, ja, solltest du. Ja. Aber das Gute ist, weil es gibt ja auch immer gute Sachen zu nennen, und das Gute ist... Das neue Album von Ninja-Sex-Partys draußen. Oh mein Gott. Oh, Schussi! Da müssen wir eigentlich noch drüber reden, ne? Weil das letzte Mal bei Ninja-Sex-Party konnten wir nicht drüber reden, weil es noch nicht draußen war. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Ausflug zur Ninja-Sex-Party. Wui! Erneut, genau. Das ist großartig. Es ist so großartig. Ich hab mich so gefreut. Ich hab kein... Ich hab das Album nicht bekommen. Also, man konnte es ja vorbestellen als Disc, als CD, unterschrieben. Und ich hab's einfach nicht geschafft, weil es so schnell weg war. Hm. Die Skits sind immer noch witzig und die Musik ist einfach toll. Die Musik ist wirklich, wirklich echt gut. Ich hab das Gefühl, die werden immer besser. Ja. Ja. Ich hab das Gefühl, die werden echt immer besser. Ich würd nicht sagen, dass es das... Also, ich kann's schwer als mein Lieblingsalbum einstufen, weil ich Cool Patrol und Attitude City einfach so sehr mag. Aber es ist echt Wahnsinn, wie gut die geworden sind. Oh, und... Also, ich hab das Gefühl, dass auch deren Cover-Alben Einfluss nehmen auf das hier. Äh, ja. Ja, ja, ja. Ja, schon irgendwie. Schon irgendwie. Ja, ein bisschen, ja. Die sind musikalisch einfach echt hammermäßig gut. Gut. Also, schon bei Cool Patrol hab ich mir gedacht, also bei Attitude City war's ja noch so gute Musik und viel Comedy. Und das Comedy machen sie ja natürlich immer noch. Aber so bei Cool Patrol hab ich gedacht, boah, jetzt haben sie halt richtig geilen Sound. Da hatten sie zum ersten Mal auch Tupperware-Remix-Party dabei, oder? Äh, ab Cool Patrol, ja. Ab Cool Patrol. Und das merkst du, weil die Musik ist da nochmal ein ganzes Stück. Ja. Bam! Ja, weil die auch wirklich dann instrumental eingespielt sind. Und manchmal haben die ja vorher halt eben irgendwie elektronisch gearbeitet oder Fremdleute reingenommen ins Boot. Ja. Ja. Das ist wirklich, wirklich stark. Also, The Prophecy ist wieder echt sehr, sehr geil. Ja. Also, ähm, ich meine, ein paar von den Songs... Wir müssen wieder unsere Top-3-Songs auswählen. Ja, ja. Ein paar von den Songs kennen wir ja schon aus, äh, weil die ja schon veröffentlicht wurden. Und zwar schon viel, viel früher. Ja. Ja. Das erste dieser Songs, der, das schon veröffentlicht, also der erste der Songs, der schon veröffentlicht wurde, war, ähm, ich glaube, das müsste tatsächlich The Decision Part 2 gewesen sein. Das könnte sein, ja. Als zehnjähriges Jubiläum. Und das ist ein Song, der geht mir auch ein bisschen unter die Haut, weil der auch, ähm, also der fängt ja genau gleich an. Aber halt eben irgendwie, ähm, Erwachsener, weißt du, als hätten... Also, ich meine, man muss ja sagen, der ursprüngliche Song, ähm, The Decision, war ja vom ersten Album vor zehn Jahren, ja. Ja. Und da waren die beiden noch zu zweit und haben das ja irgendwie so aufgezogen. Und jetzt merkst du halt einfach, dass auch dieser Song mit einer anderen Truppe und den ganzen Musikalen schon was aufgenommen wurde, also allen Instrumenten, einfach großartig ist. Also der, und dann diese ganzen Referenzen auf diese ganzen zehn Jahre ist einfach geil. Ja, ist schon sehr, sehr gut. Du merkst, du merkst richtig, dass zehn, also dass viel Zeit vergangen ist und dass sie sich extrem weiterentwickelt haben. Ja. Und deswegen ist das auf meiner Platz drei. Okay. Wow. Was für eine Überleitung. Alter Schwede. Wow, Gänsehaut. Ich weiß, ich weiß. Heute bin ich on the top of my game. Okay. Äh, ich hab mir noch gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, gemacht, aber ich, äh, ich lass dich erst mal zu Ende reden. Was ist deine Top 2? Rede weiter. Dieser Song ist auf jeden Fall auf Platz drei. Ähm. Ja. Und ich finde zwar, I don't know what we're talking about, sehr, sehr gut, ja. Äh, auch, auch so, so Balladen mäßig sehr, sehr gut. Aber auf Platz zwei ist Defensiv Thunder and Lightning. Oh. Okay. Und als der Song, ja, und als der Song kam, es war so gut. Der, der kam so in der letzten Schulwoche, glaube ich, raus. Da hatte ich, da hab ich den gehört, ich hab den teilweise so sechs, sieben, acht, neun Mal am Stück gehört, ja. Weil ich einfach die ganze Zeit diesen, diesen Banger im Schädel hatte. Und, und ich, ich war auch genau so, ich dachte mir so, okay, ich kann das jetzt nicht alleine haben, ja. Ja, also hab ich mir eine Kopfhörer genommen, in der Schule, ja. Und hab sie einfach einem Kind, also, Entschuldigung, einem Jugendlichen über die Ohren gezogen, ja. Und gesagt, du machst jetzt Mathe und hörst dir Thunder and Lightning an. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Und der junge Mann, und der junge Mann war nur noch so, oh, ja, wie gut ist dieser Song. Ja. Und dann sind die Brusthaare gewachsen. Ne, danach hab ich ihn in die Miene geschickt zum Arbeiten. Die junge Person weiß jetzt, wer gemeint ist. Ich hab so ein paar Insider mit denen, mit den Kids, ja. Zum Beispiel sag ich denen halt, dass, dass sie in die Miene gehen müssen, um zu arbeiten. Die Miene gehen, find ich echt gut. Eine andere Sache, die wir auch noch haben, ist, dass, wenn auch nur der kleinste Konflikt entsteht in der Klasse, und der klitzekleinste, ja, sowas wie, der hat das und das falsch gemacht, oder der und der hat irgendwie jetzt grad nicht aufgepasst, ja. Dann sag ich direkt, wir wissen jetzt, wie wir das hier regeln, oder? Wie regeln wir das hier in der Klasse? Und dann rufen schon ein paar auch schon rein, Straßenkampf! Eindeutig, Straßenkampf! Ich hab gedacht, ich hab gedacht, ihr seid richtige Männer und rambolt das aus. Aus-Rambolt! Erst fang ich an, und dann hast du das! Es drückt dich dir so fest, wie ich kann, in die Eier und dann du mir. Genau. So haben schon unsere Urväter gemacht. Vor 2000 Jahren. So hat es Jesus schon gemacht. Ja, absolut geil. Im Grunde genommen, ja, das ist Platz 2 gewesen. Und Platz 1? 100 Prozent. Mit Abstand ist es definitiv Welcome to my parents house. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Und so ein guter Song. Und dann auch diese Textpassage, wo dann die Mutter ihn angemeckert hat. Und er dann so, let's sing in our inside voices. Let's use our inside voices. Ja. Oh, richtig gut. Warte, warte, ich höre dich nicht. Was? Du hast deine Kopfhörer rausgeschnallt. Beim Upraven habe ich meinen Kopf so sehr bewegt und mir ist der Steckerer vom Kopfhörer rausgeflogen. Geil. Das ist, so gut ist der Song. Also ich kann ja schon mal spoilern, das ist auch meine Nummer 1. Aber ganz, ganz knapp. Auf Platz 3, auf Platz 3, ich mache jetzt sehr asynchron, gehe ich von Platz 1 zu Platz 3, weil Platz 3 ist bei mir Thunder and Lightning. Ja, ja. Und Platz 2, Entschuldigung, Platz 2 ist für mich tatsächlich dann wirklich ganz knapp vor der Platz 1, I don't know what we're talking about. Ja, ja, ja. Es ist ein echt fieser Ohrwurm. Ja, ja. I don't know what we're talking about. Sehr geil. Aber dieses Welcome to my parents house ist so, es ist nicht nur musikalisch gut, es ist auch einfach unfassbar lustig. Als ich das erste Mal gehört habe, bin ich gestorben vor Lachen. Wenn er dann dieses Use the inside voices und dann bellt der Hund so. Pssst. Und der Song fängt doch irgendwie so an mit irgendeinem Date oder sowas, was der hat. Ja. Und dann, lass uns mal meinen Eltern feiern. Das ist die Zusammenfassung von dem, was Ninja Sex Party eigentlich ist, ja. So ein Typ, der so ultra von sich selbst eingenommen ist, aber der gar nicht die Ressourcen hat, um das Ganze irgendwie zu unterstützen. Und der lebt ja noch mal sein Eltern zu Hause. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe nicht nachgeguckt, aber es könnte ja ehrlich sein, dass es seine Mutter ist in der Aufnahme. Das, ich habe den Aileen vorgespielt und sie hat gesagt, das ist doch nicht seine Mutter, weil seine Mutter ist ja vielleicht die aus, sag schnell, Unicorn Wizard, oder? Aus Unicorn Wizard? Daniel ist kaputt. Nein, aus Unicorn Wizard, denkst du echt, das ist, die aus Unicorn Wizard ist nicht seine Mutter, sondern das ist Brians Frau. Ups. Ninja Brian wird mich kriegen. Also, auf jeden Fall Dennis Oma, ja, Granny Sexbang, wie sie sich selber auch gerne nennt. Die war doch bei Attitude City. Genau, und die steht auch richtig hinter ihm, das finde ich auch richtig cool. Dann ist es vielleicht wirklich seine Mutter. Also, wenn es ein Video gibt, ich hoffe, dass es ein Video geben wird und ich hoffe, es wird mit echten Menschen, also sie machen es real, dann hoffe ich, dass seine Mutter auch mit dabei ist, aber wir werden es ja sehen. Ich finde den Song übelst geil und sehr, sehr witzig. Ich finde auch generell so diese Skits von denen immer sehr, sehr gut, ja. Also, ich finde das mit dem Wishing Bear wieder ultra lustig. Der Wishing Bear? Aber auch Ninja Brians Kids Album, ja. Boah, er hat ja wirklich ein Album rausgebracht, ja, für Kinder, für seine Tochter. Oh, okay. Nein, das kenne ich nicht. Der hat eine neue Band rausgebracht, schon wieder, ja. Schon wieder eine neue Band gegründet und zwar, hast du das nicht letztes Mal auch erzählt beim Podcast? Ich dachte schon, dass du das erzählt hast. Vielleicht hast du das erzählt und ich bin einfach dumm und hab's vergessen. Ja, ich gucke mal, ich gucke mal, also, das kann nicht sein, others, 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 nö, 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 good game, nö, child genius, no, the fuck, das kann nicht sein. Er hat fuck gesagt. Das ist okay. Penis. Penis. Wie schön, dass der Podcast nicht zensiert wird. Fake fuck. Äh, irgendwas mit Bananas heißt der Song, äh, heißt das Ding. Äh, Go Banana Go, Go Banana Go heißt die Band, ja. Okay. Und, ähm, das ist Music for Stir Crazy Kids, also, er hat das wirklich für seine, für seine, ähm, Dings gemacht. Wer hat denn noch gemacht? Amy Schumer, äh, verschiedene Songwriter und Producer wieder, Jim Roach hat da wieder mitgearbeitet. Und es geht um, ähm, es geht darum, dass er wirklich ein Zeichen setzen wollte und Kindern auch wirklich, es ist auch kinderfreundliche Musik, ähm, Kinder das wieder ein bisschen näher bringen. Ach, cool. Sehr, sehr cool. Ja. Was es umso witziger macht, dass er, dieser, dieser, dieser Skit da, dieses kleine, ja, wo er so sagt, ich mach jetzt einen Song für den und dann ist es einfach nur, einfach nur so, Everybody dies alone. Oder, fuck it. Aber, ich muss auch sagen, dass bei dem Album echt kein Song wirklich schwach ist. Jeder Song ist echt gut. Ne, also, von vorne bis hinten ist jeder Song echt, echt richtig, richtig stark. Ah, ja, also, ich bin wieder mal, ähm, erstaunt und, und kann mich nur verneigen vor, vor Ninja Sex Party. Hundertprozentig. Ich bin immer wieder beeindruckt, die machen, die, die werden immer besser, die sind echt, einfach, arsch, fick geil. Hast du, hast du deren neues Merch gesehen für Jahr 2020? Nein, hab ich nicht. Nein? Das Merchandise? Nein, hab ich nicht. Äh, warte mal, Ninja Sex Party Merch. Äh, und zwar, ich, ich erzähl davon jetzt, und zweifel, my Shopify, genau, äh, das war der falsche. Da, myshopify.com, Produkts, nö, nö, haben die da nur dieses Produkt? Tudu. Tududududu. Das ist jetzt mein Klingelton übrigens. Ernsthaft? Ja. Na gut, ich, die es nicht wissen, das ist, das ist mein Lieblingsmelodie aus Drawn Together, Likely Led heißt, das ist super geil. Ist, ist das Original von dort? Nein, es ist, äh, aus, aus den 70ern oder so, ne Melodie. Okay. Äh, Tour. Gib, gib mir den Merchandise, Kram. So, und zwar, ja, das ist sau schwer, ich muss mal einfach auf Google gehen, nicht auf fucking Bing. Schleichwerbung! Ja, wir wurden von Google gesponsert, Bitches. Und von Bing, und von Ninja Sex Party. Und von Drawn Together. Äh, genau, es ist, soll ich den, soll ich den mal rüber schicken? Ja, schick rüber. Warum, warum öffnet sich das jetzt hier so? Also, ich sehe immer noch das sexy Bild von dem Kollegen hier mit der Mütze. Richtig gut, oder? Richtig gut. So, es ist geladen, da auf store.ninjasexparty.com Äh, kein Problem, wir haben ja Zeit. Ja, auf jeden Fall, ähm, die haben jetzt, ich schick dir hier den, genau, das dann nimmst du. Das ist nämlich einfach, du kannst auf diese Webseite gehen, und dann findest du das, das ist nämlich ein Poster und ein Shirt, und zwar von ihrer 2020 Tour, ja. Okay. Das lädt gerade noch. Ah, ah, uh, nice. Das sieht schon geil aus, ja. Jetzt guck dir mal an, wo die überall hingetourt sind. Danny's living room, in mine's basement, outside somewhere. Danny's kitchen. Und vor allen Dingen, the item is sold out. Es ist so geil. Richtig witzig, ey. Einfach, dass sie das, weil die keine Tour machen konnten. Ah, ich hoffe natürlich, dass sie nächstes Jahr eine Tour machen können, aber, ja, kann es sein, dass wir schon, dass es schon ein Jahr her ist, dass wir auf dem Live-Konzert waren? Ich weiß nicht, mein Tattoo sagt, es fühlt sich so an, als wäre das schon ein Jahr her. Ja, es war, es war, es war, es war Ende, ähm, Oktober letzten Jahres. Wow, ist schon über ein Jahr her. Ja. Alter Schwede. Heftig, heftig. Ja, also wir können festhalten, The Prophecy ist super geil, Ninjas Sexparty ist super geil, es gibt sogar Unterhosen von Ninjas Sexparty. Ah, Ich muss, ich muss mal überlegen, und zwar, ähm, das letzte Album, ja, das war ja halt eben, äh, Cool Patrol, ja, das kam 2018 raus. Stimmt, ja, Wahnsinn. Die lassen sich halt Zeit, ne? Ja, das ist interessant, ja, also das ist ja, also wirklich, im Grunde genommen heißt es ja, alle zwei Jahre kann man mit einem neuen Hauptalbum rechnen. Ja. Und dann alle zwei Jahre dazwischen bringen sie immerhin andere Covers raus. Ja, also du bist jedes Jahr gut versorgt. Mit tollen Sachen. Ah, ist schon geil. Ich liebe die Band. Ja. manchmal nehme ich auch nur deren Banger-Songs und, äh, versuche die also so zu kombinieren, weißt du, also es gibt, die haben ja so beides an Songs, die haben diese richtig geilen Banger wie, wie, ähm, äh, weiß noch mal, Rhino und Superpuma. Rhinoceratops. Rhinoceratops und Superpuma, genau. Äh, zum Beispiel sowas, und davon haben sie so ein paar geile Songs und die zu kombinieren, so nacheinander zu hören, ist auch eine ultra coole Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, wie du richtig abgehst zu Hause. Natürlich. Gut, gut, aber das dazu, ja. Ja, gehen wir weiter. Äh, es gab bei Nintendo Direct Partner Showcase, das tatsächlich okay war, aber wir werden es einfach weitermachen und es fast ignorieren. Ich muss dazu sagen, also ich habe tatsächlich in letzter Zeit wirklich viele Spiele bei denen gekauft, ja, auf dem Store. Wirklich, wirklich viel. Also, äh, warte mal, Nintendo, komm schon. Also, zum Beispiel nach diesem Direct, ja, ähm, ich wollte es schon immer mal spielen, No More Heroes und ich bin so froh, dass es das endlich auf der Switch gibt, weil ansonsten hätte ich vorher auf der Wii spielen müssen. Okay. Ich habe mir jetzt das Angry Video Game Nerd 1 und 2 geholt. Das gibt es schon für die Switch? Ja, seit, seit vorgestern. Ah! Ich habe mir dann No More Heroes 1 und 2 geholt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob es immer noch das Angebot ist, aber Nino Cooley für 10 Euro. Okay. Und Hardis. Ja, davon habe ich schon gehört. Ja. Ja. Richtig geil, richtig geil. Und, äh, du hast ja auch wahrscheinlich, du hast jetzt Tennis geholt, hast du das online gekauft oder hast du es als, äh, das habe ich online geholt. Wegen der 40, also, weil es für 40 Euro ist. Und genau in demselben Rahmen habe ich auch, ähm, New Super Mario Bros. U geholt, Deluxe. Ah, okay. Okay. Was mich auch interessiert ist, äh, Apes Odyssey. Das gibt's auch gerade. Apes Odyssey? Ja, kennst du das? Apes Odyssey? Oddworld heißt es. Ah, ja, so genau, die ursprüngliche, genau, ja, ja. Das ist das erste Spiel davon, das, äh, habe ich früher gezockt. Also, auf dem PlayStation 1, ja. Genau, genau, und das, äh, da habe ich auch echt mal Bock drauf irgendwann, aber, ja, äh, ja, zu spielen ist genug. Ähm, wollen wir, apropos Spiele, äh, Überleitung. Wir haben uns auch dieses Mal für ein lustiges Spiel entschieden, über das wir reden, über eine Spielerei, Lass mich kurz einen Übergang machen. Okay, alles klar, schreib mich an. Du hast über, du hast über Apes Odyssey gesprochen, okay. Ja. Ich habe Apes Odyssey verstanden, ja. Also, wie Affe, ja. Okay, erst mal. Habe Apes Odyssey eingegeben und mir wurde auf, auf Bing dann ein Video vorgeschlagen, und zwar 2001 Space Odyssey Greatest Files Scene, wo die Affen gegeneinander kämpfen, okay. In, 2001 Space Odyssey gab es eine KI, die abtrünnig geworden ist, mit dem Namen, weißt du es noch? Hell. Was rein zufällig der Name des heutigen Entwicklers ist. Boah. Zufall oder Schicksal. Ihr wisst ja, wir spielen zu viele Nintendo-Spiele, und deswegen haben wir uns entschieden, Nintendo-Spiele zu nehmen, über die wir heute reden. Ja. Kirby! Auf jeden Fall Kirby. Ja, weil ich, ich finde, Kirby ist einfach, ähm, er sagt so viel über unsere Kultur und über unsere, über unsere Zivilisation aus. Es geht um Essen. Kirby vorgeschlagen. Es geht um Essen. Essen ist wichtig, jeder muss essen. Äh, noch mal, um auf den Namen der Firma zurückzugehen, ja, Hell, ist in beiden Fällen tatsächlich dieselbe Idee gewesen. Und zwar, äh, Hell, H-A-L, ist eine Abwandlung zum, ähm, zu IBM, dem größten, äh, Computerunternehmen aus den 80ern. Okay. Äh, und wenn man alle Buchstaben praktisch um eins nach links verschiebt, ja, das I wird dann zu H, das B wird zu A und das M wird zu L. Komm an Hell. Du Illuminat, du scheiß Zigeuner. Es war die Idee. Außerdem darfst du sowas nicht sagen, Mann. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass, äh, ich hab das in einem Let's Play mal gesagt, ne, mit dem Zigeuner, dass irgend so ein, so ein, so ein Typ, als ich auf dem Weg nach Mainz war, von Wiesbaden nach Mainz waren da so Typen und dadurch hab ich das, die haben dann sich so gegenseitig gemacht, du scheiß Zigeuner beleidigt. Also ich hab nicht gegen Zigeuner, sondern ich find einfach die Zeichnung so witzig. Er verklagt mich doch. Nein, also wir reden über, äh, Kirby. In Japan auch bekannte, die Spielreihe bekannt als Hoshi no Kabi. Genau. Ja, Kirby von den Sternen. Und wir, um es gleich vorwegzunehmen, die Leute sich fragen, oh, werdet ihr über alle Kirby-Spiele reden? Nein. Nein, weil sonst reden wir noch, wenn Corona vorbei ist, über Kirby-Spiele, weil es gibt gefühlt 20.000 Kirby-Spiele gefühlt. Also wir reden jetzt, wir reden von, ich hab vorgeschlagen, von Kirby's Dreamland bis zu Dreamland 3, die Trilogie und noch so, und Kirby's Adventure und noch was anderes. Funpack, ja. Werdet ihr ja dann sehen. Also wir haben uns so ein paar spezielle Spiele aus der Anfangszeit rausgepickt, weil ich finde, das ist so die Glanzzeit von Kirby, wo Kirby noch am besten war. Ich stelle mir dir zu, größtenteils. Okay, du bist ja auch ein großer Fan von den 3DS-Teilen, ne? Also, ich mag die 3DS-Teile und tatsächlich mag ich sogar Star Allies, aber ich würde sogar sagen, die Glanzzeit, der Höhepunkt war sogar vielleicht die Game Boy Advance-Zeit. Oh, okay. Ich glaube, Kirby hat am besten auf der Game Boy Advance-Zeit gespielt. Oh ja, das, das, die wundersame Spiegelwelt, meinst du? Ja, aber auch schattenbedrohend, äh, also, ähm, schattenbedrohend Traumland heißt es auf Deutsch, glaube ich. Also das, was ja ein Remake von dem ersten Spiel ist. Genau, nur hast du halt eben dabei, ähm, viele Verbesserungen, die Steuerung ist viel, viel, ähm, besser und du hast noch einen extra Modus, bei dem du dann mit, äh, Meta Knight das Spiel durchspielen konntest. Ah, okay. Also Kirby, Leute lieben Meta Knight. Ja, Kirby ist ein Spielgenre, das ist, ähm, von Sakurai entwickelt, Masahiro Sakurai, der heutzutage bekannt ist für die Super Smash Bros. Reihe. Ja, ja. Und, ähm, die Idee von Nintendo war immer, für Kirby, dass es ein Spiel ist, was für, für die einfach, also sehr, sehr einfach ist. Mhm. Und das ist immer das, die Casual Gamer. Ja, genau, genau, ganz, ganz einfach, sehr, sehr einfache Spiele. Und das haben sie bis heute, ist das immer der Grundgedanke. Und Sakurai hat auch bei dem letzten Teil, bei Star Allies gesagt, der Grundgedanke, der immer umgesetzt wird, ist, es ist ein Spiel, was einfach durchzuspielen ist, aber schwer zu kompletieren ist. Mhm. Und das hat sich in der letzten Zeit, ähm, immer stärker gezeigt. Ich würde sagen, seit der, ähm, vielleicht seit der Wii, das habe ich aber nicht gespielt, aber seit dem 3DS, hat man ganz genau gesehen, die Spiele sind ultra schwer. Okay. Okay. Äh, kann ich nicht so, äh, sagen, weil ich nur das Letzte, was ich gespielt habe, war, äh, was kam vor Planet Robot auf dem 3DS? Triple Deluxe. Triple Deluxe, das ist auch schon schwer, das ist auch schon schwer. Ja, also der, die Bosse sind immer ein bisschen übertrieben. Wozu wir doch kommen werden? Ja, genau, aber nicht nur die Bosse, aber ich meine, es ist ja auch, äh, normalerweise, wenn du das Spiel durchgespielt hast und du auch 100% durchgespielt hast, dann schaltest du noch einen Modus frei, der das Spiel nochmal schwerer macht und dann musst du nochmal den Boss Rush machen. Mhm. Und das wird dann richtig schwer, den Boss Rush zu machen und das ist immer der höchste Schwierigkeitsgrad von Kirby, der ultimative Boss Rush. Ja, das, das, das stimmt, das mache ich eigentlich nie. Ja, und machen nur die kranken Leute. Ja, danke. Äh, okay, fangen wir an bei Kirby's Dreamland. Kirby's Dreamland, ja, von 92, das war das allererste. Es ist interessant, dass Kirby's Dreamland auf dem Game Boy das erste war und nicht das fürs NES. Finde ich sehr spannend. Ja, finde ich auch interessant, stimmt. Aber das ist so, das war auch das erste, was ich gezockt habe und damit verbinde ich schon so ein paar nostalgische, kitschige Gedanken und Erinnerungen, weil ich das echt gern gezockt habe und ich zocke es immer noch gern, das ist echt cool. Ja, ähm, man muss immer wieder gern dazu sagen, dass es, ähm, bei Kirby, das, was eigentlich mit Kirby verbunden wird, ist, dass er ja die Fertigkeiten von Gegnern einnehmen kann. Mhm. Ja. Was er damals noch nicht konnte. Genau, richtig. Er konnte im ersten Spiel die Fertigkeiten von Gegnern nicht einnehmen. Ja. Und als ich das Spiel gespielt habe, du lernst, ähm, ich hab das ja ursprünglich mal auf Game Boy gespielt damals, fand das ultra gut, ich fand das richtig, richtig toll. Mhm. Und, ähm, später, als ich es nochmal gespielt habe, über den, über die Virtual Console, fand ich es nicht mehr ganz so gut. Oh, okay. Also, ich fand, es hatte immer tollen Charme und so, aber es war irgendwie langweilig. Okay. Und es ist halt im Gegensatz zu den anderen Körbys nicht ganz so komplex, sag ich mal, ne? Es ist ein bisschen mehr straight forward. Richtig. Aber ich mag es halt auch, es, also es, in gewisser Weise ist es auch ein bisschen herausfordernder, dadurch, dass man keine Fähigkeiten annehmen kann. Ich liebe die Fähigkeiten, aber so ist es halt auch ein bisschen schwieriger. Ich weiß natürlich, also ich kann verstehen, was du meinst, und es ist ein sehr kurzes Spiel. Mhm. Ja, sowieso, also eine Stunde oder so. Ja, genau, maximal, ne? Dann bist du ja eigentlich schon durch. Aber ich mag es, es ist so wie Super Mario Land für den Game Boy. Ja. Das erste, auch ein sehr kurzes Spiel, aber es ist einfach, ich mag das sehr, also das sind so, das sind so die ersten Game Boy Spiele, die ich auch gezockt habe, wo ich immer noch so sehr nostalgisch drüber denke, also, ich, aber ich kann verstehen, dass Leute sagen, ja, es ist ein sehr kurzes Spiel und Kirby kann keine Fähigkeiten haben und so und, ja, verstehe ich. Also, ich meine, es war nicht das erste Spiel, was ich von Kirby gespielt habe, ja, also ich hatte schon mal ein Kirby Spiel gespielt vorher, wo er die Fähigkeiten einnehmen kann und hat es später dann gespielt und fand es auch nicht so schlimm, ja, dass er die Fähigkeiten nicht hatte. Ja. Interessanterweise ist es ja so, dieses Spielkonzept von keine Fähigkeiten haben und trotzdem alle Gegner besiegen können, gilt bis heute. Ja. Ähm, man kann jeden Boss in jedem Spiel, und also, das ganze Spiel kann man normalerweise auch immer spielen, ohne Fähigkeiten einzunehmen, bis auch an bestimmten Stellen neuerdings, wo du halt eben, zum Beispiel, keine Ahnung, Feuerboss im Eis zu schmelzen, aber du kannst jeden Boss besiegen ohne Fähigkeiten. Mhm. Ja. Das ist auch heute noch so und das ist immer alles so ein bisschen als Referenz an die damalige Gameplay-Zeit. Naja, es muss ja auch eigentlich möglich sein, also, weil wenn du eine Fähigkeit verlierst, dann musst du auch irgendwie, es muss ja möglich sein, die Bosse. Ja, also die meisten Bosse, die meisten Bosse spammen inzwischen Gegner, die man halt eben, also mit neuen Fähigkeiten, da kriegt man wieder Fähigkeiten, weißt du? Ja, okay. So was. Ja, ich hab Schwarzsinn erzählt. Nee, es geht tatsächlich, also es ist schon richtig. Vor allen Dingen macht, ist das auch der Angriff, der den meisten Schaden macht in allen Spielen. Der normale Angriff ohne Fähigkeiten macht den meisten Schaden. Okay, ja, das kann gut sein, das stimmt, ja. Okay, ja, das war Kirby's Dreamland ganz an sich. Ich fand's ganz gut, nur heutzutage irgendwie für mich ein bisschen langweilig. Aber es ist halt eher schön zu sehen, wo es herkommt. Er ist heutzutage halt sehr mager im Inhalt, vor allen Dingen. Aber das ... Und die Musik ist cool. Die Musik ist sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Die Musik ist echt geil. Ich liebe die Musik. Ja. Aber das haben sie halt mit dem NES-Teil von 93 Kirby's Adventure alles wieder rausgeholt. Würde ich mir. Genau. Und bei Kirby's Adventure hat ja Kirby zum ersten Mal Farbe bekommen. Das stimmt. Das stimmt. Weshalb, er war auf dem Cover von Dreamland, haben sie es auf Nummer Sicherheitside gegangen, und das Cover von Dreamland war ja kein schwarz-weißes Cover, aber Kirby war schwarz-weiß. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und als Referenz, genau, und als Referenz darauf, auf diesen schwarz-weißen Kirby vom Cover von Kirby's Dreamland, gibt es auch heute noch eine schwarz-weiß-Option bei Smash und Kirby. Hm, okay. Als Outfit. Okay, verstehe. Übrigens, Fun Fact, also ich bin nicht ganz sicher, wie dieser Fun Fact geht, aber ich sag Ihnen trotzdem. Ich hab letztens nämlich, wie hieß das, Highscore auf Netflix gesehen, über die Videospielgeschichte. Willst du über den Jack Kirby sprechen? Ja, genau. Der Anwalt von Nintendo. Was hat er für Nintendo gemacht? Im Grunde genommen sagt man, er hat Nintendo bei dem Fall Universal gegen Nintendo vertreten. Wegen King Kong und Donkey Kong, ne? Genau. Weißt du auch, wie der Fall ausging? Nintendo hat gewonnen. Ja, und weißt du auch, warum? Äh, sag's nochmal. Universal hat vergessen, King Kong zu trademarken. Ah, ja, stimmt, 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 genau. Es war irgendwas Dämliches. Herrlich. Aber ich muss mir Highscore auch nochmal, also ich muss mir das mal angucken. Ich lese ja die ganze Zeit dieses Buch hier mit dem Console Wars und da stehen die Sachen auch drin. Das ist ein ultra gutes Buch. Also Console Wars wird hier auch nochmal verfilmt oder ist sogar schon verfilmt. Oh, okay. Manche Leute haben gesagt, dass dieses Highscore ein bisschen faktenarm ist, was ich interessant finde, aber ich fand's trotzdem sehr spannend und gut gemacht. Und da muss ich halt dran denken, weil dieser Jack Kirby heißt der, ne? Ja. Das ist halt dieser Anwalt, nach dem haben sie halt Kirby benannt. Das find ich echt lustig. Und dieser Anwalt, der sieht eigentlich überhaupt nicht aus, als ob er irgendwie Spaß in seinem Leben hat. Der sieht so, so als ob er, der sagt doch in dem, in der, in dieser Doku-Reihe so, ja, ich spiel ja auch nicht, ne? Und so richtig so, mäh, 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 mäh. Und nachdem haben sie, haben sie diesen knuffigen, grinsenden Kaugummi-Ball benannt. Das find ich extrem witzig. Der übrigens auch, interessanterweise, auf allen amerikanischen Covern, schaut der Kirby, war das auf den amerikanischen oder war das auf den japanischen? Lass mich kurz gucken. Kirby Angry. Es gibt nämlich, ja, richtig, auf allen amerikanischen Covern ist Kirby, ist Kirby sauer. Oh. Warum? Der kommt immer angefressen. Was hat man ihm denn getan, dem kleinen Kirby? Ne, die haben das einfach, die amerikanischen Cover haben ihn einfach wütend gemacht. Damit er nicht so weich aussieht. Damit er cool ist. Ja, wahrscheinlich. Ach ja. Wo wir grad nochmal bei diesem Dings da waren, bei Console Wars, ja. Ich hab gesehen, das ist am 23. September 2020 rausgekommen, die Doku. Ja. Die, und wenn ich das jetzt richtig sehe, die Leute, die da drin interviewt werden, sind die Original-Leute, die damals, die, das ganze Ding gemacht haben. Ja. Also die, also die, die Chefs von Nintendo, Amerika und von Sega, das sind die Leute, die da auftauchen in dem, in dem, in dieser Doku. Meinst du, wie die heute sind? Meinst du Highscore? Ne, ne, in, ähm, äh, Console Wars. Ah, okay. Okay. Highscore hab ich nicht gesehen, deswegen. Aber da haben sie auch, halt die Leute genommen, also viele von denen, die damals, Chef, Chefs waren und, äh, Leute, die auch Tournaments 1 gewonnen haben und sowas. Ja. Ja. Ja, herrlich. Sehr zu empfehlen. Also ich finde es sehr zu. Ja, ja, absolut. Wir kommen, wir kommen ein bisschen von der Road weg. Hast du Curbys Adventure gespielt? Curbys Adventure hab ich gespielt auf dem 3DS. In 3D. Ah. Da gab's nämlich diese geile 3D-Version. Also es gab von NES-Spielen so eine 3D-Version. Also gibt's immer noch den 3DS, gibt's ja auch noch, aber da gab's auch unter anderem Curbys Adventure. Da hab ich zum ersten Mal gespielt und fand das super klasse und ich glaube, das ist, vielleicht mein Lieblings-Cirbys-Spiel, Curbys Adventure. Weil es so, es hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Steuerung war toll, es gab so verschiedene Minispiele immer mal. Es war wirklich, also wirklich alles, was bei Curbys Dreamland als Kritik angefallen ist, haben sie mit Curbys Adventure besser gemacht. Also es war ein sehr langes Spiel, also viele, viele verschiedene Welten und da wurden die Fähigkeiten ja etabliert, dass du verschiedene Fähigkeiten hast und es gab echt coole Fähigkeiten, es gab auch ein paar Bescheuerte, aber es gab vor allen Dingen viele. Also da hat es wirklich viel Auswahl. Und es gab, Meta Knight ist jetzt zum ersten Mal aufgetaucht. Ah, okay, das kann sein. Ich kann mich kaum noch dran erinnern, aber ich weiß, dass es cool war. Ja, Meta Knight fand ich immer cool. Ja, also Curbys Adventure hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und echt stark. Ja, mir auch, mir auch, ganz klar. Und vor allen Dingen eine Sache, die ich gut fand, die sie verbessert haben, war, dass sie, dass man mit Fähigkeiten andere Sachen, also andere Wege halt eben nehmen konnte. Mhm, ja. Das fand ich cool, aber auch, dass du rennen konntest. Konntest du da zum ersten Mal rennen? Du konntest doch zum ersten Mal rennen. Ah, interessant. Ja. Interessant. Gut, dass der Daniel da ist, er weiß nämlich sowas. Ja, für solche Sachen bin ich da. Also Curbys Adventure war wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Absolut. Und dann gab's, äh, es gab noch verschiedene Spin-Offs von Kirby mit Pinball Land, was ganz lustig ist. Hab ich auch gezockt. Ja, und Dream Course. Dream Course hab ich leider noch nie gespielt, aber das kann ich, kann ich ja jetzt über den, äh, über Switch Online, SNES zocken, was ganz cool ist. äh, Dream Course ist ein Golfspiel. Mhm. Und, es gibt online runterzuladen für den Emulator Curbys Dream Course, die Game Grumps Edition. Was, die Game Grumps Edition? Ja. Fans haben nämlich, weil sie den Playthrough von Curbys, ähm, Dream Course, wo, wo, wo Aaron und Danny sich so verfeindet haben bei, ich empfehle diese Videoreihe, ist so witzig. Und dann haben Fans innerhalb von zwei Jahren das Spiel, also wirklich, die Super Nintendo-ROM mit Mods versehen, mit neuen Levels, ja, also wirklich viele, viele neue Levels, die auf, äh, die Geschichte der Game Grumps, äh, irgendwie, äh, Referenz nehmen. und statt Curbys hast du, hast du zwei Stück, also vorher hattest du, glaub ich, einen blauen Kirby und einen rosanen, wenn du im Two-Player-Modus warst. Und jetzt ist es so, dass du einen Aaron-Kirby hast und einen Danny-Kirby in dieser ROM. Ist so witzig. Okay. Ja. Wieder, wieder was dazugelernt. Vielen Dank. Ja, also, wenn es um Kirby geht, da bin ich dabei, weil Kirby ist ja auch das allererste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe. Also du bist ein großer Kirby-Fan? Ein gigantischer Kirby-Fan, ja. Mhm, okay. Ja. Wie geht's dann weiter? Äh, ja, Game Boy eigentlich, also der nächste Hauptteil ist Game Boy mit Kirby's Dream Land 2. Das stimmt, die Fortsetzung, 95. Ja, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt, dieses Spiel. Auch, ich hab's auch später gespielt als 95, also wesentlich später, also, ja, offensichtlich. Und Kirby's Dream Land 2 fand ich so toll wegen den, wegen den, Tieren. Da wurden zum ersten Mal die Tiere eingefügt, ne? Drei Stück, ähm, die Eule, dann den Hamster Rick und den Fisch, ja. Hamster Rick. Und, find ich geil. Und, äh, das Coole ist, es gab ja auch dort wieder viele Fähigkeiten. Ja. Aber, jede Fähigkeit hat, wenn du sie als, im Tier benutzt hast, äh, verschiedene Variationen, ne? Ja, genau, andere Variationen. Da gab's so coole Sachen, zum Beispiel, wenn du den Fisch hattest und Elektrizität, dann hat er eine Glühbirne im Mund gehabt, ja? Mhm. Und damit konntest du dunkle Räume beleuchten. Ja. Das hat auch Spaß gemacht. Kirby's, Kirby's Dreamline 2 war auch gut. Ja. War manchmal sehr frustrierend, fand ich. Ja, insbesondere, äh, die Sonne- und Mond-Bosskampf und so. Ja, und du musstest, du musstest irgendwelche Dinger sammeln, ne? Ja, ja, ähm, für Dark Matter, diese Dings, ah, was war das nochmal? Ja. Ja, das waren solche, also, man kann sagen, die hatten ein bisschen Football-Form. Ja, ja, genau, genau, irgendwas musste man sammeln und man musste halt in Leveln zurückgehen. Ja. Also, bei Kirby's Dreamland 1 ging's ja nur nach vorne und das war so, das, also, das war quasi wie, wie Kirby's Adventure noch ein bisschen ausgefeilt, dass man hin und zurück gehen konnte bei Leveln und, und dann, und dann nach diesen Dingern suchen konnte, ich hab keine Ahnung, wie sie heißen. Ja, ich weiß nicht. Ja, für den, für den Secret-Secret-Boss war das, glaube ich. Genau, ja. Ah ja, das. Aber die, die, die Tiere waren cool, die Tiere waren cool, die Fähigkeiten waren cool und das war auch wieder ein sehr, sehr cooles Spiel. Also, Kirby's Dreamland 2 ist auch, sehr, 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 sehr gut, würde ich mal behaupten. Ja, vor allen Dingen auch, das war ja dann wieder ein Gameboy-Titel, ja, der, also, in dem auch wirklich viel Zeit und, und viel Liebe reingesteckt wurde. Das merkt man ganz klar. Ja, das stimmt. Also, die, die Dreamland-Reihe ist eigentlich, eigentlich, sehr, sehr gut. Das heißt ja eigentlich, ja. Achso, eigentlich, ja, ich weiß, was du meinst. Wir kommen noch. Okay, gut, dass wir nämlich jetzt den Sprung machen zu meinem allerersten Spiel. Dein allerallererstes Spiel, ne? Mein allerallererstes Spiel auf der Welt und zwar in, 96 kam es raus in Deutschland, in Europa, unter dem Namen Kirby's Funpack und ich hatte damals dieses Spiel und das im Gegensatz zu Kirby's Dreamland 3, was ja später erschien, wofür wir noch drauf kommen, hinkommen, ähm, war wirklich unglaublich gut. Es ist bis dato vermutlich mein liebstes Spiel. Kirby's Funpack. Ja, Kirby's Funpack und es gab sogar einen Remake für den, ähm, für den DS. Hm, stimmt, davon habe ich gehört, ja. Super Funpack oder sowas und ich fand das so geil, weil Kirby's Funpack ja aus sechs Minispielen bestand, ja, also sechs kleinen Kirby-Spielen und alle Kirby-Spiele hatten irgendwas eigenes. Also zum Beispiel gab es, äh, ein Remake von Kirby's Dreamland da drinnen. Das stimmt, ja. Als eines der sechs Minispielen. Dann gab es ein Minispiel, wo man, äh, gegen Keo nicht DDD ein Rennen machen musste, Gourmet Race und dann gab es auch drei Stages, das war ja wirklich kurz, aber diese drei Stages, ähm, waren, waren so, also sie waren kurz aufgebaut. Man konnte in diesen Stages mit, äh, mit Fähigkeiten traversieren, was ich auch cool fand. Traversieren? Ja, ähm, und man musste in diesen Stages ein bisschen mehr fressen als, als die Kürtig DDD. Mit einem richtig geilen Soundtrack im Hintergrund. Geil. Ich hab's geliebt. Ja, ich moch das, ich moch das auch sehr. Wir haben es ja zusammen gespielt. Ja, ja, aber das war ohne Aufnahmen und alles. Das war noch vorher. Ja. Und, äh, dann gab es noch, was war da noch dieses Dings, ähm, wo man so Schätze sammeln musste. Das stimmt, ja, genau, ich erinnere mich. Geil. Ich hab das bis jetzt nur einmal in meinem Leben geschafft, alle Schätze zu sammeln. Und es gibt das Hauptabenteuer. Das Hauptabenteuer ist das mit, äh, Metternight. Gab's nicht noch was dann? Da gab's noch ein, also es gibt drei Hauptabenteuer eigentlich, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Nee, nee, warte, das Haupthaupabenteuer muss man als allerletztes freischalten. So, es gab noch das Dinoblade, ja, da mit dem großen Vogel. Ja, ich erinnere mich. Genau, wo man dann, ähm, eigentlich ans Ende diesen Vogel besiegt und dann rausbekommt, der hat eigentlich Kinder und alles drum dran und der will die nur ernähren. Das war cool, das war ein normales Adventure eigentlich. Ähm, so Klassik. Ja. Dann gab es, ähm, das mit Metternight, Revenge, ja, wo, wo man dann in so einem richtig coolen Abenteuer, ähm, Metternights Angriff aufhalten muss. Mhm. Und dann durch so verschiedene Welten geht und dann am Ende Metternight selbst nochmal bekämpft, während das Schiff schon untergeht und dann liegt da nur dieses Schwert, steckt im Boden und du sammelst dieses Schwert ein und Metternight kommt runter und dann kommt Schwert gegen Schwertkampf und das ist ultra geil. Ja, ja. Oh, episch. Und dann, äh, fährt man auf dem Motorrad weg vom Schiff, vom brennenden Schiff. Oh Gott, ja, stimmt, auf einem Motorrad. Ja, richtig geil, richtig geil. Ich liebe dieses Spiel. Und das letzte Abenteuer war Milky, also das war das Hauptabenteuer eigentlich und zwar Kirby's Milky Way. Kirby's Milky Way. Erinnerst du dich daran? Äh, vielleicht. Es ist schon lange her, dass wir das gespielt haben. Es geht darum, die, ich glaub, die Sonne ist verschwunden, ist glaub ich die Story und, ähm, äh, also geht durch verschiedene Planeten ähm, und auf diesen Planeten, ähm, das ist, das ist komplett anders aufgebaut. Du kannst Fähigkeiten nicht mehr durch Schlucken von Gegnern einnehmen, sondern, du findest Fähigkeiten, du musst alle Fähigkeiten freispielen. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Fähigkeit Strom freispielst, kannst du für das gesamte Spiel Strom verwenden. Einfach aufs Menü gehen oder auf die Schultertasten drücken und schon kannst du Strom auswählen. Okay. Und das heißt, du kannst alle Fähigkeiten für alle Levels freispielen und einfach verwenden. Wusstest du gar nicht mehr, krass. Ja, vielleicht haben wir es auch gar nicht gespielt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben bestimmt alles gespielt. Du hast mir bestimmt alles mal gezeigt. Und der Endboss davon ist Marx. Das ist so ein, ähm, so eine Art Clowns-Figur mit großen, großen Flügeln. Hm. Marx. Karl Marx. Ja, ungefähr so. Richtig, richtig gut. Oh, ich liebe dieses Spiel. Es ist so gut. So, so ein gutes Spiel. Da gab es noch Minispiele dabei und so. Aber ich rede jetzt sehr, sehr viel darüber, ja. Es ist doch richtig so. Wir können, bist du damit einverstanden, wenn wir es das, das inoffiziell wahre Kirby's Dreamland 3 nennen? Es ist Kirby's Dreamland Teil 3. Es ist ja auch irgendwie interessant, dass Kirby's Adventure für das NES kein Dreamland Teil ist. Stimmt, ja. Stimmt. Es ist halt Kirby's Adventure und die Dreamland-Reihe ist aber trotzdem nicht auf dem Gameboy geblieben, sondern ist ja dann auf den Super Nintendo gekommen. Richtig. Und Sakurai hat auch irgendwie zwischendrin nicht mehr daran gearbeitet. Er hat am ersten Dreamland gearbeitet. An Dreamland 2 hat er sich nicht beteiligt. Er hat an Funpack mitgearbeitet, also das, was wir eben gesagt haben. Ah, okay. Genau, also er hat bei ein paar Spielen mitgebracht. Und ich glaube, das ist auch der Einfluss, der das zu meinem Lieblings-Kirby macht. Ja. Weil der Sakurai auch, der hat gute Ideen, Spiele wirklich, wirklich grandios zu machen. Mhm. In den 90ern. Ja. Und da kommt Kirby's Dreamland 3, genau. Da hat er nämlich auch wieder nicht mitgemacht. Ja. Das merkt man. Wir haben Kirby's Dreamland 3 ja gespielt. Das ist ja schon jetzt eine Weile her. Aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Debakel. Jetzt wollen wir das Ende. Und ich erinnere mich noch an Spoggel. Hieß er so, Spoggel? Ja. Ja, und dann, oh, es gab, gab's, also wir mussten ja irgendwie alles sammeln, so wirklich um den letzten Boss freizuschalten, muss man irgendwie diese ganzen Dinger sammeln. Und ich erinnere mich daran, dass wir auch einmal irgendwie so ein Part hatten, wo wir, wo es in einem Level gab es fünf von den sechs Tieren. Ja. Aber um das geheime Ding freizuschalten, musste man das sechste Tier vermitteln, was es nicht in dem Level gab. Gott! Ich weiß noch, dass wir da sogar einen Guide verwendet haben. Ja, eben. Wir hatten diesen Guide von Anfang an dabei. Also bei Kirby's Dreamland 2 hatte ich ab und zu, muss ich auch nachgucken, weil das auch sehr kryptisch war manchmal. Aber Kirby's Dreamland 3, holy cookie! Das war ganz schön heftig, was da abging. Das war wirklich, also gerade der Endboss, also, äh, 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 wie viele Endbosse waren das? Ich glaube, ich glaube, drei, 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 wie soll man drei Endbosse mit einer Lebensanzeige gehen? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein bisschen ausgerastet bin in diesem Finale. Ja, aber, aber, aber es ist gar nicht so sehr viel anders als, ähm, als es heutzutage ist bei den Spielen. Die, die, die schwersten Modi im Spiel, ja, bei den heutigen Kirby-Spielen, der, der Boss Rush auf Ultimate-Modus, ja, das ist immer noch so schwer wie damals, da ist auch wenig Leben. Weißt du, ich würde da grau werden, ich würde sterben, wenn ich sowas spielen würde. Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, würde ich kaputt gehen. Das ist, das ist wirklich was für jemanden wie dich, der da auch mal sagt, okay, du bist ein bisschen wütend, aber du, du kannst dich immer noch beherrschen. Weißt du, wenn ich sowas spiele, dann verliere ich irgendwann richtig die Beherrschung und hab da keinen Bock mehr und dann springe ich am liebsten aus dem Fenster. Und es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Finale gewesen. Ich meine, das ganze Spiel war ja wirklich sehr lame irgendwie und es sah optisch nicht so, so prickelnd aus. Gerade wenn man sich Kirby's Funpack ansieht, was ein Jahr vorher kam, ist das schon echt irgendwie peinlich. Und es ist Kirby's Dreamland 3. Ich sag's, ich sag's wieder, Kirby's Dreamland 3, das Finale quasi von der Dreamland-Sage, was ja wirklich eine tolle Spielreihe ist, auf dem Super Nintendo, auf dieser geilen Konsole. Es ist echt lang, also nicht, es ist, ich wiederhole mich, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt echt, ne, nett. Ja, die haben das, die haben ja die Grafik so gemacht, um mehr Zeug reinzustopfen. Tja. Weil die Grafik halt eben, ähm, weniger aufwendig war. Aber da, sag ich dann mal, ausnahmsweise, da war die Grafik dann doch wichtig. Ja. Ja, das war schon eine Enttäuschung, Kirby's Dreamland 3. Und danach hab ich halt, ich persönlich hab dann auch nicht mehr so viel Kirby gespielt, also so ein paar Sachen hab ich schon gespielt, also die wundersame Welt der Spiegel, äh, ne, Kirby und die wundersame Spiegelwelt heißt es, ich muss reden lernen. Das war cool für den Game Boy Advance. Und dann hab ich halt noch Kirby und das magische Garn, das haben Aileen und ich ja mal bei dir angefangen. Das war auch nicht schlecht. Ja. Aber wir haben es halt nie zu Ende gespielt. Das war auch, das war aber auch, das war aber auch eigentlich kein Kirby-Titel. Äh, das war ja, ursprünglich war das ja ein Titel, das ist ja auch von Goodfeel, ähm, das war ja ursprünglich ein Spiel, wo es um Prinz Plüsch geht und dann haben sie aber gedacht, ah, das wird's jetzt nicht reichen. Also haben sie dann, haben sie das ganze Spiel innerhalb der letzten paar Monate zu einem Kirby-Spiel gemacht. ja, du hast recht. Stimmt, da war was, das hast du mir, glaub ich, mal erzählt. Ja. Ja. Stimmt. Und dann hab ich noch, also ich hab noch das Triple Deluxe gespielt und dann haben wir zusammen mal mit Theresa angefangen, Kirby Star Allies zu spielen. Ja. Auf der Switch. Was ich damals sehr schlecht fand, also was ich damals sehr schlecht fand, so, ich fand's damals nämlich ein bisschen langweilig und hab's dann, ähm, letztes Jahr, ne, dieses Jahr hab ich's durchgespielt. Okay. Ähm, und warte mal, ich hol mal mein Gaming-Tagebuch. So, irgendwo hier unten. Und zwar hab ich's angefangen am 12.1. und war durch am 18.1. Das ging schnell. Und, ja, das ging schnell, vor allen Dingen am 8.1. hab ich wahrscheinlich fünf Stunden am Stück gespielt. Okay. Okay. Ja, das ist, und der letzte Satz in meinem Tagebuch ist einfach trotzdem, es war ein großer Spaß. Also hat's dir doch gefallen. Das ist halt, ja, es hat, es hat mir beim eigenen, also beim Alleine-Spielen hat's mir sehr gut gefallen, weil, ähm, ich mich erstens auf dieses Vier-Spieler-Dings einlassen konnte. Mhm. Und, ähm, man muss dieses Spiel, also die, die, die Spielmodi, die da nachkommen, nach dem Hauptspiel, sind immer das Beste an dem Spiel. Mhm. Und da gab's halt eben ultrageile Spielmodi danach. Okay. Also, Ja, aber das ist jetzt alles was anderes. Ja, nee, alles, alles gut. Ich, also, ich kann noch sagen, ich mag Kirby sehr, vor allen Dingen jetzt die Spiele, über die wir gequatscht haben, aber immer wenn ich jetzt ein neues Kirby-Spiel spiele, denke ich mir so, es ist schön, aber es ist immer wieder dasselbe. Also, ja. Viele sagen natürlich über, über Mario, über einige Zelda-Spiele, über Call of Duty und so und was weiß ich, dass es immer dieselben Spiele sind und manchmal kann ich's verstehen, manchmal kann ich's nicht verstehen, aber bei Kirby denke ich mir schon ab und zu, ja, es ist schon immer das Gleiche, es ist so ein ähnlicher Spielaufbau, vielleicht hab ich auch noch nicht zu viel gespielt, aber ich, doch, ich hab schon einige Kirby-Spiele gespielt, also ich würde sagen, es sind jetzt so sechs, sieben und, und die machen Spaß, also gerade die ersten machen Spaß, aber dann wird's halt, also das Triple Deluxe, das war auch so etwas, wo ich, wo ich auch gesagt habe, hm, es ist halt, es ist cool, aber es ist halt immer dasselbe, es sind immer diese Fähigkeiten, es ist ein Spielprinzip. Und wenn man das, ja, deswegen, deswegen, deswegen haben sie ja so, so extrem stark versucht zu variieren, ja, ganz, ganz ungemein, also Kirby 64 hat's versucht zu variieren, mhm, dadurch, dass du zwei Fähigkeiten einsammeln konntest, und die jede, also du konntest jedes Paar an Fähigkeiten kombinieren, mhm, ähm, Kirbys Canvas Curse, sind also solche Sachen, wo du rumzeichnest, sind also so Spiele, aber wenn wir von den richtigen Kirby-Spielen spielen, äh, sprechen sie dann auch solche Sachen dabei, wie, ähm, Mass Attack, wo du mit sehr, sehr vielen Kirbys spielst, mhm, eine unglaubliche Menge, dann, äh, Kirby's Return to Dreamland, wo es um den Vier-Spieler-Fokus ging, mhm, Triple Deluxe, stimme ich dir zu, ist wieder dasselbe, Kirby Planet Robobot, ist auch etwas, so viel von demselben, allerdings mit, ähm, Roboter. mit einigen Roboter-Sequenzen, statt diesen groß werdenden Sequenzen, es, und Kirby Star Alice war halt eben auch wieder so eine Idee, die versuchen sehr, sehr viel, äh, in eine neue Richtung zu gehen, aber sie trauen sich nie komplett dahin zu gehen, mhm, gab's bei Star Allies, äh, bei, bei, ähm, Robobot und Triple Deluxe immer so nur kurze Sequenzen, wo du zum großen Kirby wurdest, oder zum Roboter-Kirby, mhm, ja, vielleicht hab ich einfach auch immer nur die, die Spiele gespielt, wo, die sehr ähnlich sind, ja, wer weiß, wer weiß, aber naja, es ist trotzdem, es macht auf jeden Fall Spaß, also Kirby macht auf jeden Fall Laune, so ist es nicht, ja, ja, ne, das können wir erstmal so lassen, oder? Ja. Vielleicht reden wir irgendwann noch im Detail über andere Kirby-Spiele. Wenn du ein paar weitere gespielt hast. Wenn ich ein paar weitere gespielt habe, was vielleicht noch ein bisschen dauern kann, aber wer weiß, wenn wir bei Podcast Nummer 85 sind, unser 100-jähriges Jubiläum feiern, äh, 100 Jahre, hunderte Episode, scheiße, ja, ja, ich glaube, wir sind schon wieder Müll und Quatsch, ja, das war Kirby, wir können gern zu unserem nächsten Teil springen, du meinst die Kirby-Cafés? Die Kirby-Cafés, ja. In Japan gibt's Kirby-Cafés. Das glaube ich. Weißt du, weißt du, das irritiert mich gar nicht, ich denke einfach so, ja, glaube ich dir. Seppl, hast du schon mal, du hast nichts von Kirby-Cafés mitbekommen, oder? Nein, aber wie gesagt, das überrascht mich auch nicht. Aber Seppl, es ist ein Kaffee mit Kirby, mit einem Kirby-Thema, oder? Ist das der Clou? Hier. Ja, siehst du, siehst du, du kannst mich nicht mehr schocken. Jetzt hat er mir gerade ein Bild geschickt, okay. Ah ja, alles klar. Ist das nicht niedlich? Weißt du, weißt du, warte mal, warte mal, ich schicke dir noch ein Bild von der Pizza. Okay. Okay. Es, es ist, ja, es ist süß und es sieht auch ein bisschen eklig aus. Okay, die Kirby-Pizza sieht lecker aus. Okay, okay. Die Kirby-Pizza, das ist ja aber keine Pizza, das ist eher so, so ein Pfannkuchen, würde ich sagen. Ja. Gott, ich will, ich will da hin. Ja, dann lass uns nach Japan fahren. Ist ja jetzt eine gute Idee in der Corona-Zeit. Hui! Und da stirbt er wieder. Ich liebe diese Spielerei einfach, es ist okay. Aber wir kommen trotzdem jetzt zu unserem nächsten und letzten Thema, denn wir haben wieder einen Film vor uns, über den wir quatschen. Genau, das habe ich vorgeschlagen. Das hat Daniel vorgeschlagen, welchen Film hast du denn vorgeschlagen? Theresa und ich haben an einem Abend gesagt, wir haben Lust auf einen Liebesfilm. Mhm. Und dann mal nach Liebesfilmen geschaut und dann kriegst du 40.000 Teenie-Liebesfilme vorgeschlagen, die alle dieselben Comedy-Trailer aus haben und und halt eben noch dazu, ja also ich sage jetzt mal, wenn du nach Liebesfilmen schaust, dann bitte immer wie ist der nochmal dieser eine da, der so ultra ich gebe es mir einfach mal einen Liebesfilm mit Twilight. Nein. Midsommar. Ja. Copy by your name. Ah. Oh. Habt ihr den gesehen? Nee. Ah, der ist spitze. Den haben, also der ist, der wird immer vorgeschlagen, also der Liebesfilm. Interessant. Aber da hast du keinen Bock drauf, ja. Wir haben keinen Bock auf Schwule. Nein, darum geht es nicht, sondern wir wollten auch gerne, wir wollten auch gerne mal was haben, was, was nicht so vielleicht, also klar, das ist auch nicht so ganz, aber was, was, was ein bisschen stranger ist, ja. Weil weirden Scheiß liebe ich, ja. Das tust du. Ja, und dann kamen wir auf The One I Love. Theresa hat den gefunden und wir haben den geguckt und ich hab ihn nicht auf Deutsch entdeckt. Es gibt den nicht auf Deutsch, ich hab auch geguckt. Es gibt den irgendwie nicht auf Deutsch, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin echt geschockt, was alles für eine Scheiße synchronisiert wird. Also, was für B- und C-Movies, äh, C-Movies synchronisiert werden. Ja. Mit, mit Nicolas Cage und was weiß ich, ne, unser großer Nicolas Cage, was da für eine Scheiße gemacht wird, also auch synchronisiert wird, auch in Deutschland veröffentlicht wird. Wo ich denke, hm, okay, aber so einen Film wie The One I Love, den du jetzt vorgeschlagen hast, ja. Den synchronisieren sie nicht. Wobei es auch nur drei Darsteller benötigt werden, drei Synchronsprecher. Ja, also. Mehr kommt nicht vor. Also, warum? Warum? Es ist, weil es ein Arthouse-Film ist oder was weiß ich, oder, also das, das verstehe ich wirklich nicht und da war ich echt schon überrascht, also, ja, Spoiler, der Film ist nur auf Englisch verfügbar und, äh, ihr braucht Englischkenntnisse, um ihn zu gucken. Leider. Also, die Englischkenntnisse, die da erfordert werden, sind gar nicht mal so extrem, also so extrem. Er ist wirklich sehr einfach, sehr einfach zu verstehen, würde ich auch sagen. Aber trotzdem musst du halt Englisch können, weil sonst kannst du den Film nicht sehen, also. Also, wir haben den Trailer geguckt, ja, und, äh, wir haben den Trailer nicht ganz geguckt, weil wir dachten uns, okay, 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 die Prämisse ist geil, reinschauen. Ja, wir können direkt von, von vorne herein sagen, Spoiler. Ja, weil ich finde, das ist so ein Film, den, den, den muss man gucken, also, den sollte man sich einfach angucken, nichts drüber lesen, finde ich. Ich finde auch, den Trailer nicht angucken, einfach, wenn man einen, 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 einen Liebesfilm, Drama mit ein bisschen, weirdem Scheiß, weirdem Scheiß, ich will jetzt nicht welches, ich will nicht sagen, welches Genre, aber, wenn man sowas sehen will, der ein bisschen, doch interessanter ist, dann sollte man sich ihn angucken, fertig. Ja. Ansonsten muss man schon spoilern, wenn man drüber reden will, finde ich. Richtig, richtig. Deswegen Spoiler Warning, Spoilers, Ahoi! Ich versuche ganz kurz, die Prämisse von dem Film durchzugeben. Ja, bitte, tu das. Es geht um dieses Pärchen, welches, also es ist ein Ehepaar und dieses Ehepaar hat, hat Eheprobleme, ganz massiv, weil sie halt eben etwas, also auf lange Sicht etwas verloren haben in ihrer Beziehung. Und die beiden. Und weil der Typ auch fremdgegangen ist. Genau, weil der Typ auch fremdgegangen ist, richtig. Und ich glaube, das ist ja auch das, also das, was ja davor passiert ist, also sowieso. Und das wird halt eben auch ganz, ganz stark beschrieben durch eine ganz, ganz starke Sequenz, als sie nämlich beim Therapeuten waren, haben sie nämlich beschrieben, dass sie ihre, ihre Liebesbeziehung wieder aufleben lassen wollten, indem sie eine Sequenz aus ihrer Kennenlernzeit wieder nachspielten. Und dann sind sie in diesen Pool, also in den Garten eingebrochen und sind in diesen Pool gesprungen. Mhm. Und da hat eine Sache gefehlt, und zwar, dass sie weggejagt werden von dem Poolbesitzer, aber der kam nicht. Ja. Und das war so, das war so voll bitter. Ja. Weil die wollten ja eigentlich das Ding nachspielen, was passiert ist, aber es kam nicht. Es kam nicht zum Funken. Ja, das, was gefehlt hat, war der Einfluss von außen. Ja, das auch, genau. Sie selbst haben es nicht hinbekommen, das wieder, wieder zu, zu, diesen, diesen, diesen Moment wieder, wieder zu belegen. Wieder zu belegen, sag ich mal. Auf jeden Fall, der Therapeut schickt sie auf ein Anwesen, für einen Kurzurlaub, also so ein Wochenende-Idee. Und das ist anscheinend ein Ort, wo man, wo alle Pärchen wieder zusammenkommen. Und das ist auch ein voll traumhafter Ort, ja. Also wirklich, ich würde da Urlaub machen. Die Sonne scheint auch immer. Die Sonne scheint auch immer. Naja, also, jedenfalls an diesen drei Tagen scheint die Sonne, ja. Ja. Ähm, ist cool, also der Ort ist cool. Ja. Und die Idee ist, ähm, dass die halt eben in diesem, in diesem, auf diesem Anwesen passiert etwas. Ja. Denn es gibt, es gibt ein, es gibt ein, ein Gästehaus. Also es gibt, so wie ich es verstanden habe, es gibt zwei Häuser. Und es gibt das. Also es gibt zwei Häuser und dieses Aufnahmestudio. Ja, also das Gästehaus. Es wird das Gästehaus genannt. Genau, ja, das ist also das eine Haus, ja. Und da, da passiert dann etwas. Also wir sind ja im Spoiler. äh, Bereich. Also der, der, der Mann geht rein, oder die, die Frau geht rein und findet ihren Mann plötzlich wieder. Aber es ist nicht ihr echter Mann. Und sie schläft mit ihm und kehrt dann wieder zurück zu ihrem echten Mann und sagt, ach, das war schön, äh, dass wir gerade miteinander geschlafen haben, das war richtig toll. Und der fragt so, hä, was, wo? Und er versteht es nicht, weil er das nicht erlebt hat. Es ist nämlich, es ist nämlich irgendeine Art Wesen. Und wenn er reingeht, sieht er seine Frau. Und das Interessante ist halt, beide sehen ihren Partner im Prinzip so, wie sie sich ihn wünschen. Also die Frau kocht beispielsweise das Frühstück für ihn mit, mit gebratenem Speck, was sie eigentlich sonst nie macht. Und sie erlebt ihn als spontan, cool, kulturbegeistert. Aber wenn beide gleichzeitig reingehen, sehen sie nichts. Dann sind beide drin. Es geht nur, wenn einer drin ist. Und dann kann der andere auch nicht rein, dann ist es magischerweise abgeschlossen. Das ist die Grundprämisse von dem Film. Ja, man muss aber dazu sagen, ähm, ich fand es sehr, sehr gut, dass die gezeigt haben, dass die, bevor sie in das Gästehaus gegangen sind, sich eigentlich auch voll gut verstanden haben an diesem einen Abend. Ja. Ja, also sie haben sich gut verstanden. Also sie, sie, sie rauchen ja einen Jointer und so. Ja, ja, aber die haben auch, haben auch Spaß gehabt dabei. Ja, ja, also du merkst halt, es ist, es ist definitiv was zwischen den beiden los. Und das ist auch nicht so schnell wieder wegzubekommen. Aber es ist vor allen Dingen real. Es geht ja auch darum, was ist real und was ist nicht real. Was, was ja dann, was ja ihn dann sehr stark immer, ähm, ärgert. und so, so skeptisch macht, logischerweise, verständlicherweise. Und das finde ich, was ich auch sehr spannend finde, ist, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, der Mann geht fremd, der Mann ist wieder das Arschloch. Aber, was ich sehr toll finde, ist, dass das sein Fehler ist und im Prinzip ist es jetzt die Frau, die den Fehler macht, weil sie sich da drin verliert. Sie betrügt ihn quasi mit diesem anderen, ja, wobei das erste ja nicht als betrügend Geld, kann ich jetzt mal so sagen, ganz gut. Nee, aber am ersten Mal dachte sie, er wäre es ja hundertprozentig. Aber sie macht es ja dann, aber sie macht es ja dann später. sie hintergeht ihn ja auch die ganze Zeit dabei. Und du merkst auch, dass ihr Interesse viel intensiver ist. Er geht ja nur da rein, weil er herausfinden will, was es ist, wie die Regeln funktioniert. Und das finde ich richtig geil. Nachdem die beiden das nämlich erlebt haben, gehen die, also wollen die ja erstmal, die flüchten ja erstmal. Genau. Und dann sind sie in dem Café und dann gehen die da so hin und sagen, also es ist schon etwas, da hat sie es natürlich schon manipuliert, weil sie es unbedingt wiederhaben wollte, dass sie das gemeinsam als Rätsel lösen. Und er steigert sich rein in das Rätsel lösen. Ja. Während sie sich, also während sie sich eigentlich nur danach sehnt, diesen Typen da wieder zu sehen. Ja. Und sie verliert sich halt drin, ne? Und ist da nicht mehr rational. Und das ist dann ihre Schwäche. Und das Schöne ist, finde ich, dass du halt siehst, dass beide halt ihre Stärken und Schwächen haben. Und beide sind vor allen Dingen intelligente Charaktere. Also keine dummen Filmidioten. Hast du gerade gegähnt? Ja. Findest du es langweilig, was ich erzähle? Treppe. Ich bin genau an deinem Punkt. Die sind so gut, die beiden. Die beiden sind intelligent und die beiden haben nie etwas gemacht, wo ich gesagt habe, das fand ich jetzt irrational. Ja, du bist nämlich, bei allem, was die machen, denkst du dir, ja, genau das hätte ich auch getan. Genau das hätte ich auch gesagt. Weil, sowas liebe ich. Also, ich hasse es einfach, wenn sich Charaktere logischerweise in Filmen nicht so verhalten, wie man sich verhalten würde. Ja. Und hier warst du, habe ich mir immer gedacht, ja, ja, genau, ganz genau. Genau das hätte ich auch gesagt, genau das hätte ich auch vorgeschlagen. Und deswegen war ich dann irgendwann auch so intensiv dabei, weil ich einfach wissen wollte, was sagt sie jetzt? Was sagt er? Was macht sie? Was macht er? Und dann kommen halt diese, 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 diese obskuren Szenen zustande, dass er sich halt reinschleicht, dass er mit ihr quasi heimlich die Tür öffnet und sich als sein besseres Ich ausgibt und sie mit ihm schläft und quasi ihn mit ihm betrügt. Also so, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, weil es ist halt so ganz skurril und, und aber so interessant, weil es so, weil es so facettenreich ist. Genau, weil es aber auch, weil, genau, weil sie hat sich ja in diesen, in diesen neuen Ian verliebt, ja. Ja. Und da merkt man auch einfach nur, es hat ja auch eigentlich nur wieder sowas, also was hat da gefehlt bei ihr, dass sie, dass sie, und sie hat, sie müssen ja eigentlich gemerkt haben, es geht ja jetzt nicht um die Person, ja, anscheinend, nicht so ganz. Und der hat ja nichts gemacht, als er sich da reingeschleust hat, ja. Ja. Und es kam trotzdem dazu. Ja. Es ist, also, ja, es ist großartig. Er beschreibt sie auch irgendwann mal so, oder sie beschreibt es, dass sie das Gefühl hat, dass sie ihn in diesem Gästehaus, als eine Art Erinnerung wahrnimmt. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend, weil das ist ja auch ein, also der Film sagt ja auch viel über, über, über eine Ehebeziehung und was, was für Probleme da auftauchen aus, was ich echt toll finde, und zwar auf eine erwachsene Art, finde ich. Und das, was sie sagt, sie wünscht sich quasi die Erinnerung, also sie, sie lebt in dieser Erinnerung von ihm, wie er vielleicht mal war. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das ist so, so etwas, was glaube ich vielen Leuten passiert, dass sie diese Erinnerung von etwas mehr lieben, als das, was sie tatsächlich haben. Ja, und man muss auch eine Sache sagen, das spiegelt nämlich, ähm, ihre anfänglichen, äh, Einstellungen. Während der Mann bei der Therapiesitzung gesagt hat, er möchte gerne das Alte wieder aufleben lassen, indem er das Alte wieder erweckt, ja, durch diese Poolsequenz, hat sie ihn deswegen kritisiert und hat gesagt, ich möchte gerne Neues erleben mit dir. und als es dann darum ging, später diese Sequenzen zu haben, hat sie sich wieder in das Alte, ähm, gestürzt, ja, während er sich ganz offen in das Neue gestürzt hat. Also sie wollte unbedingt diese alte Erinnerung von ihm haben, während er so total offen mit diesem, mit diesem, wir lösen jetzt gemeinsam dieses Rätsel umgegangen ist. Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist schon sehr interessant. Und dieses Rätsel umgehen, also die Sache mit dem Rätsel umzugehen, ähm, das schwingt bei ihm halt eben über, weil als er gemerkt hat, dass sie da nicht ganz dahinter ist, also dass sie nicht zusammenarbeiten. Und in dem Moment fängt er halt an, sie auch, ähm, halt eben zu beschatten eigentlich. Ja. Und dann wird's, dann wird's ja sehr, sehr spannend, ne, also, und, und sehr, also, dann, also da war ich auch wirklich extrem dabei, und hab gedacht, was, was geht da ab? Was ist da los? Ja. Und dann, und dann passiert ja immer mehr und dann kommt ja eine Wendung nach der anderen und du denkst so, okay, 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 what the fuck, what the fuck, was geht da ab? Ja, und er, ich fand's halt eben ultra cool, dass er irgendwann war, der so verzweifelt mit seiner Frau, weil er das Gefühl hat, dass er sie verloren hat an sein, an sein anderes Ich, ja. War er so verzweifelt, dass er seine 15 Minuten mit dieser Frau, mit dieser Fake-Frau, genutzt hat, um, um, ganz offen, er hat's, er hat's nicht mehr für sich genutzt, sondern er hat ihr einfach gesagt, ich bin unglücklich mit dieser Situation, erzähl mir doch mal, was hier los ist, du Entität, was auch immer du bist, ja. Und in dem Moment hat sie auch ihre Maske fallen lassen, was ich ultra gut finde. Mhm. Dieses andere Ich ist keine reine Projektion. Das hat man ab diesem Moment gemerkt, dass dieses andere Ich nicht nur aus den Erinnerungen lebt, sondern auch ein eigenes Leben hat. Mhm. Und dann kommt diese, dann kommt die Hammer-Sequenz. Welche Hammer-Sequenz? Welche meinst du? Dass die beiden sich streiten, in das Gebäude zurückgehen. Und das, ach so, ja. Und dann sind da diese beiden Fakes gleichzeitig im Haupthaus und nicht mehr im Gästehaus. Ja, genau. Genau. Und dann wird's, dann wird's schon ein bisschen, ich würde sagen, ich würde fast behaupten, das ist der Punkt, wo der Film ein bisschen an Qualität verliert, an manchen Stellen. Ähm, also gerade das, das Finale, da war ich, glaube ich, da hätte ich mir, glaube ich, ein etwas offeneres Ende gewünscht. Es ist ja ein bisschen offen. Aber da war's dann sehr, also da war's dann sehr eindeutig, dass die beiden, also die, die Fake-Varianten von den beiden, also die wurden dann zu so einer, äh, klaren Antagonisten-Partei. Und, und die beiden echten waren im Prinzip die guten. Also, es ist nicht ganz so einfach, aber so hat's. Eben nicht, eben nicht. Ich find nicht. Nee, findst du nicht? Ich find nicht. Ähm, erst mal ja. Also er vor allen Dingen, also die, die Fake-Variante von ihm, er war vor allen Dingen der Antagonist. Die Frau von ihm war so, sie wollte ihn eigentlich wieder zurück, aber er war so der Antagonist, hatte ich das Gefühl. Ja, aber ich fand, es hat halt immer wieder diesen Sprung genommen, ja, ähm, weil, also, ich muss ganz grob sagen, ich dachte, also, erst mal, ich hab, ich hab ihn als Antagonisten wahrgenommen, weil er ihn auf jeden Fall immer unterwandert, ja, also sein, sein schwächeres Ich, weil er seine Schwächen kennt. Ja. Ähm, und ich fand aber auch die Ehefrau etwas antagonistisch in diesem Part, weil sie die Regeln erklärt hatte, ja, also er, sie hat die Regeln vorher erklärt bekommen, dass nur zwei dieses Gelände verlassen können, von ihrem Mann und sie hat trotzdem die ganze Zeit mit dem Typen geflirtet, weil sie ihn verlassen wollte und ihn dann dort eingesperrt lassen wollte. Mhm. Also, das war schon krass, dass die, dass die Frau das wissentlich gemacht hat. Ja. Und das auch äußerst egoistisch in diesem Fall. Ja, ich, ich würde, also, der Film war auch immer interessant, also, ich war auch immer sehr, sehr interessiert, was als nächstes passiert, weil ich hab dem Film absolut ab, auch in jeglicher Hinsicht alles zugetraut. Mhm. Ähm, auch die Idee dahinter, dass man, dass es darum geht, was, also, wer geht mit wem zurück, also, wer geht mit welcher Version von wem zurück, das ist auch schon echt interessant. Nur ich hatte das Gefühl, der Film wird so ein, ein bisschen dann so dieses, so ein, so ein klassisches, so ein klassisches Sci-Fi-Film, wo dann, ja, die beiden echten, die Guten sind und sie müssen gegen die, die Außerirdischen, man weiß ja nicht, was es sind, was diese Kreaturen sind, man, man weiß, er hört sich ja diese, diese Aufnahme an und hört wie quasi irgendwelche komische Stimmen sich langsam zu den Stimmen von den beiden verformen. Richtig, richtig, ja. Und die haben das anscheinend ja schon öfter gemacht und man kann davon ausgehen, dass sie vielleicht Aliens sind oder was weiß ich, irgendwas ist, also, man muss sagen, das Gebäude, wo diese Aufnahmen gefunden wurden, wo wahrscheinlich auch diese, diese Transformation stattgefunden hat, heißt ja, Brutkasten, also Bruthaus, das ist nämlich ein Huhnbrut, also wie heißt das nochmal, Chicken Hen, ja, also so ein Bruthaus heißt das, okay. Und ich nehme an, es ist eine Referenz darauf, dass die halt eben schlüpfen, diese Entitäten, dass sie dann entstehen und mit Hilfe von den Aufnahmen halt eben, die der Psycho, die der Therapeut da gemacht, halt eben so, aber egal, ich finde, ich würde gerne auch noch über diese Ende-Sache sprechen. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Es gab am Ende halt eben diesen Konflikt, dass nur zwei Stück das Haus verlassen können und als er das Gefühl hatte, dass seine Frau das auch machen wird und dass das alles so ein bisschen inszeniert ist, damit seine Frau das macht, die auch manipuliert wird, ist er auf sie zugegangen mit Hilfe von der Fake-Frau und da ist so ein bisschen früher schon aufgefallen, an diesem Abend vorher, ist mir nämlich aufgefallen, dass dieses Pärchen, dieses Fake-Pärchen, dieses Fake-Pärchen ist nicht nur da, um die beiden auseinanderzubringen, sondern dieses Fake-Pärchen ist ja das genaue Gegenteil von den beiden, wodurch die beiden auch Probleme haben. Das Fake-Pärchen hat nämlich auch Probleme miteinander, ganz stark. Ja, na klar, genau. Genau, die durchleben auch Probleme, obwohl sie ja den perfekten Partner hat für die andere. Ja, weil beide, also die beiden echten, beide halt unterschiedliche Vorstellungen anscheinend haben, wie ihr Partner sein soll. Genau, richtig. Und deswegen spiegelt sich das auch, dass bei dem, bei dem, bei dem Fake-Pärchen praktisch die Frau, ähm, eher, also die Frau, äh, dafür da ist, um, um die Beziehung wieder aufzubauen, während bei dem richtigen Pärchen der Mann unbedingt diese Rolle übernehmen möchte, die Beziehung aufzubauen. Hm. Weil sich die anderen beiden Partner jeweils in dem anderen verlieren, in der, in der Gegenseite. Ja. Und, ähm, ich fand das, ich fand das sehr, sehr stark, dass halt eben die dann geholfen hat, um, weil sie ja ihr Interesse vertreten wollte, deswegen hat sie ja mit ihm die Allianz geschlossen. Ja. Ähm, dass, dass der Fake-Typ im, im Gästehaus bleiben soll und er mit seiner richtigen Frau halt eben abreisen soll. und der, 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 der Fake-Typ, ähm, äh, und der, der, der Hauptcharakter halt eben, der, der Mann überzeugt seine Frau auch in einem Moment. Und in dem Moment, wo, wo er so, also wo er sie wirklich überzeugt hat, mit dieser, mit dieser emotionalen Ansprache auch in diesem Zimmer, kommt der Fake-Kerl rein und, ähm, da merkt man, dass sie in dem Moment kein Interesse mehr an ihm, an ihm hatte, an dem Fake-Typen. So. Ja, ja, das ist halt, das ist die große Frage, ne? Hatte sie wirklich kein Interesse mehr, oder? Ich denke schon, weil, folgendes, was ist dann passiert, der Typ ist dann einfach, hat einfach gesagt, oh, scheiß drauf, ich, ich gehe jetzt einfach ohne euch, aber der Fake-Typ kann nicht alleine weggehen, weil er einen realen Partner braucht. Also rennt er los und rennt halt eben gegen so eine Art, äh, Kraftfeld und, ähm, verletzt sich da dran. Und als dann der Typ gesagt hat, der Richtige, wir hauen jetzt ab und er hat die beiden Frauen angeschaut, die Richtige und die Fake-Frau und ich glaube, in dem Moment, wo er dabei gezögert hat, ja, nur in dem Moment hat seine Realfrau wieder gesagt, hat sich, ist seine Realfrau wieder umgeschwungen. Das, also die, die Frage ist natürlich, hat er wirklich die falsche Frau mitgenommen oder hat er seine richtige Frau mitgenommen? Er hat, er hat die falsche Frau mitgenommen, hundertprozentig. Aber könnte es nicht auch die, könnte es nicht auch die richtige Frau gewesen sein, die zugunsten der Beziehung am Ende sagt, weil man geht davon aus, dass es die falsche Frau ist, weil sie am Ende den, den Speck machen will und Frühstück machen will, aber kann es nicht auch sein, dass es eine richtige Frau bekommen hat und sie möchte zugunsten der Beziehung nun etwas ändern und möchte ihm anbieten, Frühstück zu machen? Könnte natürlich auch sein. Also die Chance, also ja, die Wahrscheinlichkeit, ich würde auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er die falsche Frau mit nach Hause genommen hat, sind größer, aber es ist zumindest, also ich möchte zumindest ein halbwegs offenes Ende haben. Klar, du kannst es auch forcieren, das ist in Ordnung, du kannst auch glauben, was du willst, ja. Glaub doch, was du willst, du Arsch. Ja, aber ich denke, in dem Moment, wo er halt eben bei diesem typischen Comic-Haften, wer ist es jetzt, wer ist die reale Person, da stand und er hat nach links und er hat nach rechts geguckt, ja, hat er ja praktisch beiden das Signal gegeben, oh scheiße, ich habe keine Ahnung, wer von euch die echte ist. Ja. Und da hat sie halt eben für sich gedacht, Kacke, wenn mein Partner, eben auch, wenn er mir eben diese totale emotionale Ansprache gehalten hat, in der ich mich wieder in ihn verliebt habe, wenn er mich nicht hier finden kann unter uns beiden, auf den ersten Blick, dann ist es nicht, dann ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt, ich gehe. Ja. Und deswegen hat die auch nichts dagegen gesagt, dass er dann auf die, auf die andere gegangen ist und hat sich dann wieder, das denke ich, ist halt eben dieser Moment gewesen, diese, dieses Zögern hat sie in die andere Richtung geschoben. Ja. Ja. Ja, das ist interessant, interessant, dass du es sagst, das, daran habe ich noch gar nicht gedacht, also das könnte natürlich genauso sein, wie du es gerade beschrieben hast. Und man konnte am Gesichtsausdruck der beiden erkennen, wer die Richtige war. Ja, also ich war auch ziemlich sicher, dass es genau die andere ist, die er eben nicht gewählt hat. Ja. Aber es ist, ne, also, andererseits, also ich denke mir halt auch, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist schon ein bisschen bescheuert, weil theoretisch, theoretisch könnte er einfach fragen, wer, wer, wer bist du, natürlich, was du sagst, stimme ich dir vollkommen zu, weil eigentlich müsste man den doch erkennen, den Echten. Aber sie konnte den Echten ja auch nicht vom Falschen unterscheiden, als sie mit dem Echten geschlafen hat, im Gästehaus. Deswegen, richtig, richtig, könnte ich mir, könnte ich mir, also, also das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ah, er hätte doch einfach, wenn er auf Nummer sicher gehen würde, hätte er fragen sollen, wer ist jetzt? Bist du es oder bist du es? Natürlich, wäre da wahrscheinlich dann das gekommen, ich bin die Echte, ich bin die Echte, bla 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 bla. Nee, 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 wäre es nicht, wäre es nicht, wäre es nicht gekommen, aber. Vielleicht wäre es, genau, wahrscheinlich wäre es auch nicht gekommen, ja. Wahrscheinlich hätte sie dann einfach gesagt, ich, also, ich bin, ich bin die Falsche, obwohl sie eigentlich die Echte ist, weil, wie ich schon sage, ich glaube, er hat halt eben durch sein Zögern das halt eben provoziert, aber, ganz stark fand ich, also, es ist ja so, die Fake-Personen haben mehr Macht gewonnen, je mehr an sie geglaubt wurde. Genau. Und deswegen konnten die auch irgendwann das Gästehaus verlassen, weil halt eben, ähm, die Frau so eine starke Beziehung zu dem aufgebaut hat, aber auch der Kerl durch sein offenes Gespräch mit, mit dem Fake, mit der Fake-Frau, in dem Moment ist halt eben, das sind die beiden real geworden, sag ich jetzt mal, auch in die richtige Welt praktisch. Und hätte er da ganz offen gezweifelt, dann hätten die beiden vielleicht sogar noch mehr Macht bekommen, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht. Es ist, also, das ist ein Vielleicht für mich. Äh, wusstest du übrigens, dass, dass es gar kein richtiges Skript gab? Nee, das wusste ich nicht. Klass, oder? Die haben, ähm, das ist auch relativ kurz gedreht worden, der Film, die haben dafür von, vom Producer, glaube ich, das Haus genommen. Mhm, okay. Oder von den Eltern vom Producer oder so. Und, äh, richtig. Und dann haben sie nur die Sequenzen geschrieben in ihr Drehbuch, was passieren soll, auf welche Art und Weise. Aber, ähm, die Texte waren improvisiert. Wow. Wow. Stark. Ja. Krass. Sehr, sehr stark. Das wusste ich nicht, nee. Krass, weil das wirkt sehr, sehr gut, also auf eine gute Art geskriptet. Ja. Finde ich. Also es sind gute Dialoge. Es sind sehr, sehr coole Dialoge, ja. Interessant. Das ist the one I love, ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde den Film echt stark. Also es ist, es ist dieser eine Punkt, wo ich so halt ein bisschen skeptisch war, aber ich würde nicht sagen, dass es, dass es den Film für mich jetzt wirklich, ähm, runterzieht, weil das, von vorne bis hinten ist das ein sehr, sehr interessanter Film, den, ich finde, den viel mehr Leute sehen sollten. Dafür ist der echt. Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Mhm. Und, und deswegen bin ich halt so, so geschockt, dass der nicht, äh, synchronisiert wurde. Der ist von 2014, also es ist noch gar nicht so lang her. Wobei, es sind jetzt schon sechs Jahre, aber ich verstehe nicht, warum man so einen Film nicht synchronisieren kann, um den, einem breiteren Publikum zu zeigen. Also, ich weiß nicht, wer das entscheidet. Entscheidet das, äh, die Firma, die den rausbringt? Wahrscheinlich nicht. Oder entscheidet das, dann die deutsche, was auch immer, Agentur, die sagt, ah, guck mal, noch einen Film aus Amerika oder so. Der sieht aber doof aus, den, den sollten wir nicht synchronisieren. Wir nehmen lieber diesen Nicolas Cage Film, wo er eine Zwiebel spielt oder so. Das macht mich halt so ein bisschen aggro, aber, äh, dennoch bin ich froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Also, das war eine sehr, sehr gute Empfehlung von dir. Chapeau! Ich stimme dir auch zu, wegen dem Ende, das muss ich auch sagen, ja. Ähm, ich fand nur, das Ende ist schwächer geworden ab einem anderen Punkt, als den, den du jetzt genannt hast. Du hast ja gesagt, an dem Abend, wo die da schon drin waren, ab dem Moment fandest du das halt eben schon schlechter. Ja, oder so kurz dann. Für mich ist es nach dem Abend gewesen. Ja, ja, bei mir ist es auch eher kurz danach, würde ich sagen. Also, nach dem Pokerspiel, weil ich fand das Pokerspiel auch insbesondere sehr, sehr stark. Ja, das fand ich auch, ich auch. Und danach, und danach wurde es, genau, dann wurde es dann so sehr, also, da wurde es so ein bisschen, ne? Ähm. Ja, wo sie ihn dann halt eben auch ins Gästehaus verbannt hat, ja. Ja, genau. Ab da war es für mich so ein bisschen schwierig. Ja, da würde ich, da würde ich fast sagen, da war der Film fast ein bisschen vorhersehbar. Und das war halt das, wo ich gedacht habe, der Film war so unvorhersehbar bis dahin, ne? Du wusstest halt überhaupt nicht, was passiert und wie es das entwickelt. Das fand ich halt immer so stark an dem Film. Der ist auch relativ kurz, das muss man auch sagen, Der ist ja eineinhalb Stunden lang. Ja, er ist sehr, sehr kurz. Also, hast du das Cover gesehen? Sorry. Ja, das Cover habe ich gesehen. Du meinst, wo die beiden im Wasser sind? Ja. Ja. Und die Spiegelungen halt eben nicht die echten sind. Ja. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Die Musik fand ich auch sehr gut. Ja. Die Musik hatte wirklich etwas unheimliches stellenweise. Wurde auch gut eingesetzt. Und ich mochte auch die Art, wie er gedreht wurde. Und die Schauspieler sind halt auch echt gut. Also, das ganze Ding lebt ja von den Schauspielern. Und die waren halt echt sehr, sehr stark, fand ich. Ja. Ja, also ein wirklich, wirklich toller Film, den ich nur jedem empfehlen kann, wenn er Englisch kann. Aber wahrscheinlich gibt es den, also wenn man den auf DVD kaufen kann, gibt es den vielleicht auch mit deutschen Untertiteln. Wer weiß. Ja, ich weiß nicht so richtig. Also ich gucke gerade mal. YMS hat nämlich mal eine Anfrage vor sechs Jahren bekommen. Und hat es jetzt auch angeguckt, aber der hat den Film dann nicht reviewt. Hm. Oder? Warte mal. Hier gibt es Top Ten Movies of 2013. Der ist ja aber von 2014, oder? Der müsste von 2014 sein, ja. Hat er da eine Top Ten Sache gemacht? Bestimmt. Ich glaube, bis 2015 hat er eine Top Ten gemacht. Von, von 2008 oder so bis 2015. Bisher. Also ihr merkt, wir machen immer ein bisschen Werbung auf The YMS. Äh, ich gucke gerade mal. Ich bin jetzt hier auf seinem... Wenn wir kleine Fanboys sind. Nee, aber ich bin auf seinem IMDb Account. 2014. Dasselbe Jahr, wo Birdman kam. Hm. Also, hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist es in der Liste drin, vielleicht auch nicht. Es ist nicht in der Liste drin. Dann ist es nicht in der Liste drin. Dann hat er den Film auch nicht gesehen. Interessant, weil, weil er sagt ja immer, dass er alle Filme aus dem Jahr guckt. Also wirklich alle Filme. Und ich glaube auch, dass er wirklich alle Filme guckt, aber anscheinend nicht. Hat er wohl gelogen. Hm. Also du kannst mir nicht sagen, dass er alle... Wo, vor allen Dingen, wo soll er diesen Film überhaupt herbekommen? Das ist ein amerikanischer Film. Ja, aber der läuft, der ist nicht im amerikanischen Netflix. Den, ich habe auch nichts, nicht so wirklich was gesehen im Internet. Also ich habe versucht auf Amazon zu finden. Also auf Amazon.com, die DVD, ja. Und da habe ich auch irgendwie... Aber er guckt sich ja auch ganz viele andere obskure Filme an, wo ich noch nie was von gehört habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, an den Film ranzukommen. Ja, hast recht. Also von daher, keine Ahnung, ich weiß nicht, weil man kann ihn ja kaufen. Es ist ja nicht so, dass er irgendwo eine Urban-Legende ist oder so. Aber es gibt ihn halt nicht auf Deutsch. Es gibt ihn jetzt nicht so... Er ist nicht so leicht zu bekommen, wie jetzt ein Avengers-Film oder was weiß ich. Vielleicht müssen Wählen synchronisieren. Ja. Machst du die Frau? Äh, offensichtlich. Aber so richtig schlecht. Also, also, du hast mich bedroht. Das stimmt gar nicht, Baby. Come on. Shake your ass. Ich hätte gern was Neues. Jetzt wird es gerade absurd. Es wird einfach absurd. Zehn von zehn Punkten. Ja. Aber wieder mal keine Alpaka-Milch drin, deswegen... Zwei von zehn. Zwei von zehn Sternen. Nee, für mich, wenn ich ihn fünf ausdrücken würde, in maximal fünf, würde ich ihm schon eine 4,5 geben. 4,4,5. Eins von beidem. Ja. Ich würde auch... Eher noch vier als vier. Ich würde vier von fünf sagen. Aber trotzdem ein sehr, also, im Gegensatz zu anderen Filmen, die ich gut finde, ist das schon wirklich ein... Das ist so ein Film, wo ich sage, sagen würde, den sollte man sich schon angucken. Also, gerade wenn man ein, ein großer Freund von Independent-Filmen ist, mit interessanten, etwas abstrakteren Ideen, definitiv angucken. Absolut. Absolut. Ja. Gut. Dann sind wir für heute fertig. In dem Sinne, fuck you all. Ja. Goodbye. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tüdelü. Tüdelü.